Jo, wir wollen zurück nach Mist, gucken ob wir die Aufgabe zufällig schon erledigt haben. Und wir wollen nach Mist, um Zauber zu kaufen. Und dann wollen wir da nach, nach Darkshire. Wo wir von Mist aber nicht hinkommen. Also vielleicht doch erst nach Darkshire? Ja, ich glaube schon. Oh, ihr seid ja auch alle wieder da. Heurika. Oder so ähnlich. Unbedingt Meteor Regen kaufen, wenn wir Mist oder Darkshire sind. Dann werden wir das Ganze hier in zwei Sprüchen erledigen. Nicht in zwei Dutzend. Aber hey, sind Erfahrungspunkte, ist Gold. Man will nicht meckern. Stöp, 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 stöp. Stöp, 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 stöp. Und beinahe ertrunken. Kein schönes Ende für Dallana. So, die drei bleiben jetzt einfach stehen. Was soll's. Oh, wir haben ja kein Essen mehr. Das sollten wir auch gleich ändern. Also, einfach hier weiter nach Freehaven. Und alle sind müde, was verständlich ist. Dann nach oben links. Oh, wo wir gerade in Freehaven sind. Wir brauchen immer noch... ...Luftexperte für sie. Und der Lehrer war zusammen mit den anderen Elementarlehrern. Ich glaube, irgendwo im Westen. Müssen wir gleich schauen. Erstmal war ein Hafen, um zur Taverne zu kommen, um Essen zu kaufen. Oder hier. So, einmal schlafen. Alle ausgeholt sind. So. Haben wir was zum Verkaufen? Und oder reparieren. Das kann weg. Plus 4. Plus 0 kann auch weg. Kann weg. Muss noch verzaubert werden. Kann weg. Kann weg. So. Also, Waffenhändler brauchen wir auf jeden Fall. Rüstungshändler auch. Kräuter. Na ja, die Kräuter können wir ja nicht immer gebrauchen. Training. Training können wir auch gebrauchen. Jedenfalls drei von uns, wenn ich das richtig sehe. Jedenfalls keiner von uns mehr, wenn ich das richtig sehe. Aber hier waren doch irgendwo auch Rüstungshändler, oder? Ah, Rüstung. Verkaufen. Weg, weg, weg. Nichts Tolles. Verkaufen. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Verkaufen. Kreuzritterschwert. Meisterschwert Dämonentöter. Doppelter Schaden gegen Dämonen. Wenn er schon zwei Schwerte benutzen könnte, wäre er schick. Aber so. Magiedolch Drapentöter. Wie viel? Siebenundundsiebzig. Ja, komm. Das kriegt man. Talan, wenn sie aber besser entdeutscht hat. Das, falls sie mal mit Heldentum auf was einsticht, der noch etwas mehr Schaden macht. Also ja, das hätten wir auch alles verkauft. Das heißt... Jetzt werden die Lehrer gesucht, die Elementarlehrer. Also hier im Westen ist die runtergekommene Kirche. Das heißt, hier werden wahrscheinlich die Lehrer für die klerikalen Sachen gewesen sein. Schön, dass du da bist. Nee, Wassermagie. Schön, dass du da bist. Feuermagie. Schön, dass du da bist. Luftmagie. Okay. Kao Salem. Ist in Mist. Schön, dass du da bist. Die werden alle in Mist sein, ne? Feuer wäre das nächst interessantere. Schön, dass du da bist. Jezebel. Ja, in Mist. Okay. Aber ja, da brauchen wir 10 oder 12 Punkte. Was sie jetzt könnte, wenn es 10 wären. Sie braucht so verdammt viele Punkte, um alles später auf Meister zu bringen. Aber okay. Das war ein wichtiger Punkt, den hätten wir auch schon mal erledigt. Also mit dem Expertenrang für sie. Äh, Sprüche kaufen wollten wir noch. Spirituell. Spirituelle Magie. Die Magie des Lebens. Tod auf Erwecken haben wir schon. Auferstehung haben wir noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht wirklich. Flug entfernen haben wir. Geteiltes Leben. Kombiniert die Lebenskraft deiner Charaktere und verteilt sie so gut wie möglich unter ihm neu. Plus 2, 3 Punkte pro Fähigkeitspunkt. Und es fehlen also 10 oder so mehr, die dann verteilt werden. 6000. Ja komm. Du. Du bist unter. Unter Spirituell. Das ist komisch. Ich hätte es eigentlich hier bei Körper erwartet. Oh gut, schauen wir es weiter um nach Schulen. Hier waren Kinkerlitzchen. Und die haben natürlich zu. Weg, weg, weg. Glück plus 7. Zauberpunkte plus 11. Den kriegt auf jeden Fall Mürrem. Sättet so wenig Zauberpunkte. Nix, nix. Trefferpunkte. Danke. So, den bekommst du. Er hat zu viele Ringe. Segensring, Segensring. So, verzauber mal was davon bitte. Auch wenn die meisten Sachen nichts ordentliches werden. Wie sowas zum Beispiel. Oh, du bist schon voll mit Ringen. Ja, den gib ihm mal. Aber ja, die meisten Sachen werden nichts ordentliches, weil sie halt nur Experte ist und Wasserenergie. Das wird erst später wirklich interessant. Nix und Feuerresistenz. So. Also, weiter gucken nach klerikalen Schulen. Wenn wir da nichts finden, wollten wir nach Darkshire reiten. Und uns da umgucken. Geschick. Nö, nö. Nö, nö, nö. Gelehrten Gilde der Erde. Gelehrten Gilde des Körpers. Fliegende Faust. Kraftheilung. Heiltrefferpunkte alle Charaktere in deiner Gruppe auf einmal. Aha, das war der, der nicht dachte, der zum Körper gehört. Die Anzahl der geteilten Trefferpunkte beträgt 10 plus 2 pro Fähigkeitspunkte Körpermagie. Das heißt, wenn wirklich alle angeschlagen sind, kriegt jeder 10 plus 8, also 18. 18 mal 4 wären 40, 72 insgesamt. Hört sich viel an. Aber nee, macht Sinn. Das heißt, es ist eine sehr starke Heilung. Aber halt nur, wenn die ganze Gruppe angeschlagen ist. Wir können allerdings vorher die Kraft verteilen, also die Trefferpunkte verteilen durch den einen Spruch und danach alle hochheilen. Das ist eine schöne Kombination. Also der ist auf jeden Fall gekauft. Krankheit heilen. Gift würde ich ganz gerne langsam mal benutzen können. Also heilen können. Aber anscheinend nicht. So, schon sind wir runter auf 15.000. Aber auf der Bank müssten wir noch was haben. Hier waren keine Schulen mehr. Doch, hier waren irgendwo noch Schulen. Hexaladen waren wir gerade. Hier. Geist. Heißt, wie Magie des Wissens. Telekinese. Damit können wir jede Kiste öffnen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass sie irgendwas falsch macht. Irrsinn heilen. Umnachtung. Massenfurcht. Telekinese klingt gut. Telekinese klingt gut. 11.000 ist gekauft. Du. Ja. So. Pleite. Also fast. Keine Hufeisen. Silver Cove. Silver Cove waren wir auch noch nicht. Ne. Warten wir. Iron Fist. Nein. Dark Moor. Das war nicht Dark Moor. Es war nicht Dark Moor. Es war nicht Dark Moor. Es war Dark Shire. Mist. Mist. Äh. Gut. Wir sind kleine Horde und Tote. Denn Dark Moor ist das Gebiet der Untoten. Haben wir nicht irgendwie Untote zerstückeln oder so? Segen. Das Problem ist halt auch, dass hier jede Menge Zivilisten rumlaufen. Mitten zwischen den ganzen Untoten in der Stadt. Was das Ganze ziemlich interessant macht. So. So. Weg, 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 weg. Nicht zu schnell drücken, sonst treffen wir irgendjemanden aus Versehen. Hauen, schießen, hauen, hauen. Ich glaube, ich mache mal einen kleinen taktischen Rückzug. Du. Auge. Genau. Kommen mal alle raus hier. Dann machst du mal einen Feuerball. Der verzieht daneben gegen. Halten ja nicht mehr viel aus, diese niederen Untoten. Weg mit euch. Weg, 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 weg mit euch. Oh, da sind ein paar mehr. Ähm. Ich würde gerne einen Feuerball schmeißen, aber er hier. Heather. Du heißt Heather? Na gut. Heather hat es überlebt. Das ist schon mal. In Ordnung. So. Nochmal. Wusch. Ah, das Knochenklappern. Zu schön. Oh, da links kommt irgendwas. Weg, 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 weg. So. Hätte doch gelacht. Also. Wir sind in Darkmoor. Wo wir gar nicht wirklich hinwollten. Wir machen jetzt den Eingangsbereich hier frei, dass wir später wieder hin können. Ohne große Probleme zu haben. Sind da nördlich von uns Punkte? Also rote Punkte? Nein. Nein. Das war ein irgendein Dach. Du da hinten. Du musst noch sterben. Na, du bist schon zu weit weg. Jetzt holen wir schon die nächsten Gegner wieder ran. Nein, nein, nein. So nicht. Wir wollen einfach nur weg hier. Also nicht, dass es zu schwer wäre, aber ich habe gerade was anderes zu tun. Darkmoor. Nein. Okay. Eventuell müssen wir zu dem anderen Stall. Der andere Stall war von diesem Stall aus festlich. Äh, nein. Da war die Kirche. Okay. Von dem Stall aus südwestlich, glaube ich. Also da war der Stall. Und hier ist der andere, ja. Gut. Immer schön merken. Südwestlich ist der eine, nordöstlich ist der andere. Whitecap. Nein. Ungefähr ziemlich selten. Blackshire. Oh, Blackshire könnte es gewesen sein, nicht Darkshire. Die klingen allerdings nicht so ähnlich. Aber ja, hier ist richtig. Wir sollten aber noch ein paar Stündchen warten, bis wir in die Gilden überhaupt rein können. Und vorher sollten wir zur Bank, sonst können wir uns überhaupt gar nichts leisten bei den Gilden. Ich hoffe mal, die haben hier eine Bank, ja. Geschlossen. 9 Uhr. Abheben. 5. So. Unzureichendes Konto. Unzureichendes Konto. 8. 8.000. Äh, ich glaube, dafür können wir uns nicht mal einen einzigen Spruch kaufen, oder? Hm. Na gut, müssen wir gucken. Hier ist Schatten. Ja. Wo war Licht? Direkt daneben. Geschlossen. Wenn's Schatten. Da geht's. Schatten. Wo liegt wirklich aufgete�ret? Ja.